Und das Schöne ist, wenn ich etwas merke, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann freue ich mich, weil ich halt den Fehler erkannt habe. Wenn ich etwas richtig gemacht habe, freue ich mich auch. Somit habe ich nur zwei Lärmungszustände, Freude und Freude. Das kann ich jedem empfehlen. So, also nochmal. Eisenhower, jetzt. Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Klara und Klara, hey, ihr dürft euch ein Applaus geben, bitte. Ich weiß, das ist okay.